Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen im Geek Talk Daily Podcast. Du befindest dich in der 8. Kalenderwoche, genauer gesagt am 19. Februar vom Jahre 2017. Hier und jetzt spreche ich, Martin Rechsteiner, zu dir in deinem Podcatcher der Wahl und bringe dir die folgenden News mit. Google Home, Tinder, Emmentaler Käse, Giphy, Android 2.3 und 3.0, BND und NSA, Sackli, Alexa nach Bring. Der Sprachassistent aus dem Hause Google, den es aktuell nur in Amerika gibt, kann jetzt neu auch einkaufen. Amazon Alexa, logischerweise mit seinem ganzen Shopping-System hintendran, oder Shopping-Universum hintendran, kann das schon länger. Jetzt geht das auch in Amerika zumindest, eben über die sogenannten Google-Express-Geschichten, sprich Märkte, die da schon angeschlossen sind, können da jetzt beitreten. Heisst für den Kunden, er kann jetzt da seine Ware kaufen, wie zum Beispiel Towel, also irgendwelche Papiertücher und so weiter, zahlt den normalen Preis und der Hersteller, oder weiss gar nicht, der Shop darf dann ein bisschen auch an Google abtreten. Tinder war auch beim Einkaufen. Die haben sich eine Video-App gekauft, namens Wheel. Wheel ist so ein bisschen Snapchat, also die Live-Story von Snapchat in Videoform. Wie sich das Ganze dann zusammenfügen will und wird, werden wir verlinken bei uns im daily.geektalk.ch in einem Beitrag von ingadget.com. Da könnt ihr das Ganze ausführlich nachlesen, wenn euch das interessiert. Ja, Yahoo, da ist wieder mal ein Lack gefunden worden. Irgendwie hat das da System im letzten Jahr doch erst diese 500 Millionen betroffenen Konten. Jetzt ist wieder was da, dieses Mal bei Yahoo Mail. Ziemlich unschön, dieser Emmentaler Käse der Suchmaschinen-Mail-Programme oder Plattformen im Web. Ziemlich, ziemlich unschön. Wenn ihr jetzt nicht wegwechselt bei Yahoo, dann weiss ich nicht, wann der richtige Zeitpunkt wäre oder ist. Ihr möchtet Gebärdensprache lernen? Das ist mittlerweile ein bisschen einfacher. Ne, einfacher nicht, aber es gibt eine weitere Möglichkeit, wo ihr das tun könntet. Giphy, dieses Gip-Zeugs, was junge Menschen mögen, wie mich der Jan mal damals in der News-Folge vom Geek Talk aufgeklärt hat, kann jetzt 2000 Zeichen von der Gebärdensprache, die ihr dann so mitlernen könnt, sofern ihr das möchtet. Also, junge Leute, los damit. Natürlich auch die Älteren, die Giphy nutzen und das möchten. Gehen wir wieder zurück in Richtung Google. Da gibt es so ein Betriebssystem, das auf mobilen Geräten installiert ist. Tablets und anderen Geräten natürlich auch. Jetzt geht es aber vor allem um die Geschichte mit Smartphones und Tablets. Android 2.0 Gingerbread und Android 3.0 Honeycomb kriegen eine, wie sagt man, die werden kastriert. Die haben keine Unterstützung der Google Play-Services mehr. Heisst nicht, dass sie keine Apps mehr laden können. Dann heisst nicht, dass die Smartphones und Tablets nicht mehr gebraucht werden können. Das heisst einfach, dass gewisse Schnittstellen dann nicht mehr zur Verfügung stellen und oder anders gesagt, der Entwickler der App, die so umprogrammieren müsste, dass sie auch auf älteren Geräten laufen, täte. Wenn man sich so die Verteilungen vom Android-Betriebssystem anschaut, sind da ja doch noch einige Geräte mit drauf. Ich habe auch noch das eine oder andere Tablet und das eine oder andere Smartphone, was noch auf Android 3.0 oder gar besser gesagt noch auf 2.3 läuft. Die nutze ich zum Glück nicht mehr so fleissig und somit betrifft es mich nicht. Aber ja, wenn ihr ein Smartphone auf diesen Android-Versionen besetzt, solltet ihr eventuell mal über einen Neukauf nachdenken. Guter Zeitpunkt übrigens, denn MVC, die startet ja am kommenden Wochenende. Da gibt es die nächste Woche vom Jan sicherlich einiges Neuigkeiten dazu. Es ist nun drei Jahre her, damals als der junge Herr aus Amerika die Bombe platzen liess. Edward Snowden hat uns ein bisschen mehr erzählt, wie die NSA, die BND und so weiter ihre Arbeit nachgehen. Und wie gesagt, das Ganze ist jetzt drei Jahre her. Auf heise.de haben wir einen Artikel verlinkt, den ihr euch mal anschauen solltet. Denn da drin steht, was seither passiert ist und oder eben auch nicht. Wie ist es bei euch persönlich? Wie geht ihr mit euren Daten um? Internet und solche Geschichten? Backup? Passwörter? Mal wieder an nachdenken und vielleicht mal den Beitrag lesen. Verlinkt auf daily.geektalk.ch Dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Themen. Und wie ihr ja schon bemerkt habt, mit dem Emmentaler Käse ist das Ganze schon ein bisschen eingeschweizert. Jetzt gehen wir doch mit dem Schweizer Thema weiter. Ist nicht ganz so technisch, hat aber auch ein bisschen was, also hat was mit Umwelt zu tun und Umwelt ist immer wichtig. Und schliesslich kann man das auch digital bezahlen, also somit auch technisch im weitesten Sinne des, ja, wie auch immer. In Deutschland ist es ja auch soweit, ich nehme an, in Österreich auch. Man darf ja in diesen Shops, wenn man einkauft, also den normalen Detailhändler, keine Säckchen mehr gratis abgeben, also so Plastiksäckchen. Zumindest ist es bei uns so, bei den beiden grossen Detailhändlern ist damit, wo sie das Säckli umgestellt haben auf fünf Rappen, also das kostet jetzt fünf Rappen zusätzlich, da wird man auch immer schön darauf hingewiesen, kostet so viel mehr, also fünf Rappen mehr. Jetzt habe ich dann den Schnitt wieder und seither ist der Mitnahmepunkt um 80% zurückgegangen bei den Migros, beim Coop sogar um 85%, also schon fünf Rappen scheinen zu wirken und Herr und Frau Schweizer verzichtet auf dieses Säckli. Ich muss ehrlich sagen, bei mir passiert das jeweils relativ unbewusst, habe ich einfach zugegriffen, weil die Dinger da unten sind. Und seit sie nicht mehr da sind, greife ich auch nicht mehr dazu, also mir hat schon auch das Nicht-mehr-Dasein geholfen, nicht die fünf Rappen. Das Letzte, was ich für euch habe, ist ein kleines Tutorial. Wir haben ja im Pogipsi Network diese Woche irgendwie ein bisschen die Woche der Sprachassistenten. Zum einen bekommt ihr im Mutterpodcast, im Geektalk.ch, eine Sonderfolge, circa Mittwoch geliefert, zum eben Thema smarte Assistenten oder Sprachassistenten, besser gesagt. Und dazu passend, ein Alexa-Skill für euch, ein Bring. Und das ist auch ein Schweizer Thema, da ja Bring eine Schweizer App ist. Wenn ihr Bring zum Einkaufen nutzt, solltet ihr euch den Skill mal anschauen, denn es gibt nichts Schöneres als eine Einkaufstüte oder besser die App zum Einkaufen mit Sprache zu füllen. Also für mich, weil das während dem Kochen öffnen und so weiter, aber das könnt ihr im Beitrag nachlesen, ist verlinkt. In diesem Sinne, der Montag ist rum, also besser gesagt, die Montagsfolge ist rum. Für euch geht es ja jetzt erst richtig los. Ihr dürft in den Tag starten und voll loslegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und wir hören uns das eine oder andere Mal sicherlich noch diese Woche. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geektalk. Hört mehr Geektalk. Hört das, Hört mehr Geekabd software. Hört mehr Geekang.